Herzlich Willkommen zurück zu der Gerune Spiel Far Cry 4 auf Geheimer Mission und wir werden jetzt hoffentlich nicht erledigt, sagt er. Das hat geklappt. Die sollten vielleicht noch den Krabber mitnehmen. Es wundert zwar, dass sich vermutlich jeder dann, wer zur Hölle hier seine, äh, sein Gewehr rumliegen lässt, aber, äh, ja, gut. Hm. Länge den Menschen mal hier hin. Hoffen, dass da nichts passiert. Nichts. 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 Kamita, ich habe deine Bilder. Puls ist eine schwere Verkauf. Ich kann nur vorstellen, Herr G. Wenn es etwas gut geht, wird es sein, dass wir die Menschen verletzen, um die Verkaufs zu verletzen, die Verkaufs zu verletzen. Nicht mehr länger da, als du musst, oder? Er hat mich gesehen. Ich konnte nicht anders. So und jetzt muss ich irgendwo wieder hinten. Okay, jetzt müssen wir also hier zum Depler ins Büro. Wollen wir das mal hinfinden, ey. Finden wir euch diesen, diesen Missions, äh, den Trakt hier schon ziemlich kompliziert, ey. Jetzt ist noch die Frage, was passiert, wenn man die ausschaltet. Komm ich hier wieder gescheit unter irgendwie, oder? Ne, ich komm hier anscheinend nicht. Schreit drunter, ich muss. Das ist natürlich. Der hat mich fast gesehen. Ist nicht gut. Dann schalten wir den da mal aus. So. So. Das hat besser geklappt als gedacht. Das sind noch zwei Idioten. Oh, so. So, und das war der Weg. Ja, Peggy Min. Ja, Peggy Min. Ja, Peggy Min. Ja, Peggy Min. So super toll. So. So. Okay. Hier. Kommt da höher auf diesen Turm? Hm, nicht wirklich, ne? Das heißt... Okay, dann war der Eintritt hier schon so gemeint. Okay, ähm... Das ist doch hier nicht sein Büro. Das ist sein Büro, anscheinend. Ich bin hier, um zu helfen. Ja, noch schön laut die Türe schließen. Hallo? Hi, wie geht's dir? Oh, das ist toll. Das ist wunderschön. Okay, Ajay, was ist dein... Du hattest irgendwie schon intelligentere Ideen. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Aber ich kann... Ich bin literally in der Eintritt jetzt. Oh, Gott. All right. No, okay, okay. Just put her on really quick. No, 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 okay. Put her on. Ja. Ich bin gleich mit dir. Hi, Ashley. You did? You did? That is amazing. Good girl. Are you getting ready for bed? Dad? Did you brush your teeth? For at least 10 seconds? That's my girl. Wanna give your mom a big kiss for me? Well, you know she gets lonely when I'm not there. You are the lady of the house. Of course. Now, you know daddy has to work, so... A gift? Sure, sweetheart. What did you want? A ring? No, I don't think I've seen anything like that, dear sweetheart. I'm sorry. What else would you like? A necklace? Oh, a gold necklace. Well, actually... I think I see the exact thing. Yes, of course, it is shiny. Now, listen. Daddy has to work, all right? So, I have to go. I... I love you too. Yes. I apologize for that. It's my daughter. You were here on time. I was not ready. No disrespect. You intended? You? Yeah, me! No disrespect. Is that not so? So, and now we can... Hm. Okay, the woman is really just so... ...half there. Hm. Interesting. Okay. So, und ich muss zugeben, ich war ein bisschen irritiert über ihn hier. Er hatte ja den Ring in der Hand, das habt ihr ja auch alle hoffentlich gesehen. Auch wenn der Saku über seinem Kopf war. Aber trotzdem wollte er den Ring irgendwie seiner Tochter nicht schicken. Und das war irgendwie schützend. Ich dachte jetzt schon, was ist die Hölle? Aber er fand einfach nur irgendwie was anderes geiler. Ja. Achso. So, ich muss jetzt ernsthaft nochmal an allen vorbeitragen, den ganzen Shit. Achso, ja genau. Wir können uns ja jetzt durchkämpfen. Wir... Ah, ja. So, okay. Also, dann... Ich würde sagen, wir machen mal den... Ich würde sagen, wir machen. Ich würde sagen, wir testen. Okay, Spritze. Du gehst jetzt hier rein. Ach, das ist ja lieb von RJ. Und ich erwähne mir nicht, dass die Finger ihm abgeschlagen werden. Das ist schon sehr lieb von ihm. Aber lass uns mal abhauen. Okay, das ist ja lieb von RJ. Come on, buddy. Why are you doing this? Noor sends her regards. Noor? Noor? Oh, da wird sie sich aber nicht sehr freuen. Oh, Paul. Oh, wir hätten eigentlich zu Ende reden lassen sollen. Okay. 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 I need my cell phone, man. RJ, please. Please, I need my cell phone. Get off me, you monkey fuckers. Ashley. Ashley, baby, daddy's here. Okay. 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 Sure. Okay. Okay. pace声 ja ich jetzt mal Ruhe das war noch meine letzte Schüsse aus der so wir gehen jetzt noch hier rein keine Ahnung was wir hier drin finden ich weiß bloß was wir hier rein können und was hier ne Kiste gibt so und den Zettel zum lesen den lesen wir jetzt noch kurz Doktor's orders Doktor, I hear disturbing rumors of someone giving medical care to the villagers and rebels add this to our downed cargo plane of medical supplies and then have to ask myself who would portray the king in this way I would hate to think that you would be foolish enough to risk your own life let alone the lives of your young family for such a treacherous endeavor you work for the army, remember your colors signed sergeant misra krasser also der Doktor hier ist schon gut so aber das war's dann tatsächlich auch mit der Folge vielen dank dass ihr sie zugeschaut habt und äh bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt der Geroden spielt Far Cry 4 tschüss bis dann und dann bis dann bis dann bis dann bis dann